So, was haben wir hier? Hier hätten wir noch Zuckerrohr. Da könnten wir theoretisch auch arbeiten mit. So, euch, ihr seid mir egal. Ach, ja. Mal sehen, ob es noch was gibt. Ein Schiff wurde fertiggestellt. So, Tabakwaren fehlen, Alkohol fehlt. So, dann würde ich eigentlich zu dir mal sagen. Ihr bitte Alkohol, Tabak, Dämlichkeit, Sondergleichen. Hier bitte Alkohol, Tabak, raus und raus. Und los geht's. Und das andere Schiff würde ich ganz gerne nämlich abbrechen jetzt. Wo ist es? Da ist es. Du brauchst ja nicht weiterfahren. Du beendest deine aktuelle Tour. Bin gespannt, ob er es dann überhaupt auslädt. Nee. Weil du dich reparieren lassen sollst. Das Schiff ist fertig. So, und dann würde ich mal sagen. Kanonen. 10. 15. Aufstocken. 50 weg. So, du kannst da oben hin. Du wirst repariert. Da braucht man Neues. Du wirst repariert. Gut. Was ich jetzt hier halt machen würde. Ich mag es Reserve zu haben. Es mangelt an Alkohol. Genau. Genau deswegen geht der Spaß jetzt weiter. So, das heißt 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Und hier Bam So, in dem Sumpf will ich eigentlich nicht bauen Sollte ich aber eigentlich wegen sinnvoller Anordnung von irgendwas Na gut, ich kann da die Schnapsbrennerei drauf bauen So ist es nicht so Wir bauen mal den Tabak weiter Weil ich jetzt so irgendwie Ähm Den Alkohol irgendwie hingebaut habe Ohne mir groß Gedanken zu machen So Das wäre hier 1, 2, 3, 4 Na ja, das ist doof Das sehe ich jetzt auch ein Damit ich wieder weg Reparatur beendet Die sind auch toll Das heißt Ich kann nicht da einsetzen Ja dann komm mal du Arzt Wunderbar So, euch geht's wieder gut Das ist doch schön So Du wirst gebaut Der Konkurrent erweitert seine Flotte Ja, das habe ich verstanden Das finde ich auch nicht so gut, muss ich sagen Finde ich wirklich nicht gut Spielstand gespeichert Okay So Wie geht's weiter Wieso habe ich da eigentlich noch einen Webstuhl Wieso habe ich da eine Webstuhl Das ist ganz bescheuert Wenn ich da hinten eine Weberei habe Und da eine Webstube Was soll das denn? So, du kannst weg Das ist jetzt ein bisschen doof Weil ich quasi jetzt Der Webmaterial einfach verschenkt habe Aber so ist es So Hier machen kann es Bäm Könnt ihr euch ein bisschen aufpepeln Gut Wir gehen zurück zu unserer tollen neuen Insel Und überlegen uns mal Wie wir da den Tabak platzieren Weil eigentlich Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sieben, acht So Also Eins, zwei, drei, vier Fünf So Also von hier Tabakwaren gehen zur Neige Ja Gut Also Es ist dann hier Auf jeden Fall Eins, zwei Drei, vier Eins, zwei Drei, vier Zwei 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 Drei Vier Wunderbar Eins, zwei Drei Und vier So Der da oben ist weg Das juckt mich nicht Perfekt Und dann würde ich hier sagen Eins Zwei Drei Drei Vier Fünf Sechs Passt auch Eins Zwei Drei Drei Vier 5, 6. Passt. Wunderbar. Das ist auch nicht schlecht. Dann können wir uns hier nochmal Gedanken machen. Wie gesagt, das war jetzt ein bisschen doof, weil ich jetzt ja nicht groß drüber nachgedacht habe. Wir können mal Zuckerrohrfeld, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir können mal gucken, wie gut das wächst. Kosten die in dem Moment erstmal noch gar nichts. So. Dann habe ich da hinten noch ein bisschen Platz. Hätte ich natürlich egal. So, auf jeden Fall, was wir hier schon mal haben, wäre eine Zuckerrohrplantage. Und wir brauchen wieder Steine. Okay. 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 Scheiß-Verrutscheritis. Das war jetzt wieder absolut dämlich. Stoffe sind Mangelware. Und das macht gerade überhaupt keine Laune, immer dem Rotz hinterher zu hecheln. So. Da haben wir dich. Dann würde ich da nochmal hingehen. Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. Das ist schon mal gut. Dann fährst du mal da hin. Du fährst da hin. Ich will hier ganz gerne also erstmal 50 Tonnen Steine, 50 Tonnen Holz. 20 Tonnen Werkzeug. Und dann fährst du doch mal bitte wieder da hin. So. Und dann kommst du nämlich da rein. So. Die Zuckerrohrplantage. Die werde nämlich... Entspann dich doch. Entspann dich doch endlich mal. So. Hier bitte eins nach dem anderen. Nicht immer so hektisch. Okay. Das geht also. So. So. Ich würde die erste Schnapsbrennereien nochmal... Also das wäre so, ne? Geht auch nicht. Kommt das dreckige Schiff vielleicht jetzt endlich mal... Meine Fresse. Bin ich gerade gut gelaunt? Das ist unglaublich. Da 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 da... Da 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 da... Da 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 da... So. Bist du bald da? Wunderbar. Okay. Wir können ausladen. 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 Und dann gäbe es hier einmal Tabakplantage. Bam. Bam. So. Tabakhandwerk. Bam. War doof, dass ich da jetzt schon angefangen habe. So. Dann würde ich hier mal sagen... Schnapsbrennerei. Und zwar... So. Du kriegst einen Weg. Und hier... Es fehlt an Stoffen. Und hier gibt es noch... Mal... Dich. So. Eins. Zwei. Und ich dachte... Der Tabak ist jetzt in Ordnung. Na, jetzt ist der Tabak in Ordnung. Okay, gut. Das war zu früh gebaut. Mein Fehler. Bis zum nächsten Mal. Zack, 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 zack. Zack. So, dann können wir hier nochmal einen reinhauen. Wunderbar. Klick, klick. Klick, klick. Klick. Sag mal, Zabakwelt, Zabakwelt. Ja, echt mein Klassiker. Das ist so nervig. Zabakplantage. Ach, Überraschung. Also die Symbole, die sind echt, ich weiß, es ist mein Fehler, aber die Symbole sind echt dämlich. So. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Wo? Da unten. Okay, da unten ist es mir egal. Dann muss ich wirklich mal nach Stoffen gucken. Okay, es geht weiter. Nächste Baustelle, Stoffe. Ach, ihr merkt schon, wie gelaunt ich, gut gelaunt ich gerade bin. Was einfach so dämlich ist. So super dämlich. Einfach diesen ganzen... Deswegen wollte ich sie einfach genauso lassen, wie sie sind. Damit ihr Bedarf nicht steigt. Das heißt, wir kaufen jetzt eigentlich erst mal ein Alkohol, Tabak, Stoffe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gewürze passt. Lebensmittel passt. Versaue ich mir die Bilanz ein bisschen. Es fehlt an Stoffen. Das habe ich verstanden. So, du hierher bitte. Du kommst jetzt vielleicht mal an und dann kann ich... Was ist mit dir? Okay. Was hast du für eine Planne? Gewürze Baumwolle. Hier haben wir Baumwolle. Okay. Es fehlt an Tabakwaren. Das weiß ich auch schon. Wir arbeiten daran. Mit Hochdruck. Kann ja... Kann ja ich nichts dafür, dass ich so dämlich bin. Es mangelt an Alkohol. Mal so als Nebenfrage. Wie viel Alkohol braucht ihr? Also, echt jetzt. So. Einkaufsbilanz? Nichts. Ach ja, ich wollte. Ach ja. Wir könnten eigentlich bei ihm. Der hat doch sicher Stoffe, oder? Ach, wo bist denn du? Komm, wir nehmen deinen Marktplatz. Wo ist ein Marktplatz? Dein Marktplatz. Nee. Und... Auch nix. Okay. Boah, ich bin grad latent überfordert. Du. Du. Okay, du hast keine. Du hier jetzt dahin, bitte. Damit wir endlich mal deine Kanonen auffüllen können. Zack, 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 zack. Eins, zwei, drei. Das ist immer das, wenn man sich halt auf den Krieg vorbereitet. Das erzeugt immer nur Katastrophen. So. Vor allem, wenn man hier unnötig Panik macht. Das mag ich ja gar nicht. Diesen Panikmodus immer. So. Du kannst Holz haben. Und Werkzeug. Und dann würde ich hier mal roden. So.